In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man die sogenannte partielle Ableitung durchführt oder anders formuliert, wie man Funktionen mit mehreren Variablen bzw. Veränderlichen ableiten kann. Es ist eine wichtige Grundlage für viele komplexere Aufgaben in Mathe sowie im Bewell. Als erstes wollen wir uns kurz anschauen, wo der Unterschied zwischen den üblichen Funktionen und dieser Funktionen mit mehreren Variablen ist. Was ihr schon kennen solltet, von der Abiturprüfung sind die zweidimensionale Funktionen. Und eine zweidimensionale Funktion sieht wie folgt aus. Jeder kennt sie. Diese Funktionen haben natürlich nur eine Variabel, in diesem Fall dieses x. Das bedeutet, wenn wir die ableiten, dann leiten wir nur nach x ab, so wie hier mit blau angedeutet. Bei den mehrdimensionalen Funktionen sieht es ein bisschen anders aus. Beispielsweise hier gibt es zwei Variablen, aber natürlich können wir auch Funktionen mit mehreren Variablen haben. Spielt keine Rolle. Und hier kann man entweder nach der einen Variabel ableiten, also nach x, wie hier angedeutet, oder auch nach der anderen Variabel, nach y. Eine kleine miese Falle für das mathematisch ungeübte Auge könnten eventuell die Funktionenscharen an dieser Stelle sein. Was ist ein Funktionsscharen? Naja, ihr seht ja auch hier, bei dieser Funktion tauchen zwei Buchstaben auf, so grob gesehen. Allerdings aufpassen, nur eine ist eine Variabel, also wir leiten trotzdem nur nach x ab. t ist in diesem Fall ein Parameter und wird beim Ableiten wie eine Zahl behandelt. Also, an dieser Stelle handelt es sich nicht um eine mehrdimensionale Funktion, das ist einfach ein Funktionsschar. Bevor wir gleich zu den Beispielaufgaben gehen, will ich kurz noch die verschiedenen Notationsweisen mit euch besprechen. Abhängig vom Professor oder Uni oder Hochschule benutzt man immer andere Schreibweisen, deshalb ist es nicht schlecht, wenn ihr eine kleine Übersicht an der Stelle kriegt. Wir nehmen jetzt unsere Funktion von vorher und wir haben gesehen, wir können nur einmal nach x, einmal nach y ableiten, deshalb wollen wir für diese Funktion verschiedene partielle Ableitungen angeben. Oder wenigstens die Schreibweise dafür angeben. In erster Reihe die erste Ableitung nach x. Am einfachsten wird es so notiert, also f und unten als Index ein kleines x. Alternativ kann man es auch bezeichnen mit Delta f durch Delta x. Also, die komische Buchstabe da hinten ist das griechische D, also Delta. Entsprechend ist dann die erste Ableitung nach y, entweder fy oder Delta f durch Delta y. Die zweite Ableitung nach x wäre dann fxx, also das bedeutet, ihr leitet zweimal nach x ab. Und das kann man auch so darstellen, mit Delta Quadrat von f durch Delta x Quadrat. Zweite Ableitung nach x und y, also das wird ja zuerst nach x und dann nach y abgeleitet, würde dann so aussehen, fxy. Oder entsprechend mit Delta geschrieben, wie abgebildet. Und wenn man es ganz toll übertreibt, vierte Ableitung nach y, y, x, y. Klar, die erste Schreibweise ist eigentlich überschaubar. Bei der zweiten Schreibweise sieht es schon nicht mehr so übersichtlich aus. Wenn euch das zu schnell geht, drückt bitte auf Pause und versucht einfach die Farben zuzuordnen. Ich glaube, dann habt ihr es. Um das Prinzip besser zu verstehen, fangen wir an mit ein paar einfache Beispiele. Als erstes die hier. Berechnen die partielle Ableitung von f von x, y. Das bedeutet, wir leiten an dieser Stelle einmal nach x und einmal nach y ab. Also, die Funktion ist oben abgebildet, deshalb schreibe ich sie nicht nochmal ab. Und dann wollen wir die erste Ableitung nach x bilden. Das ist f von kleines x. Ich benutze nur diese Schreibweise, weil es schneller geht. Gut, wenn wir jetzt nach x ableiten, müssen wir y wie eine Zahl behandeln. Also ist für uns ein Parameter, eine Zahl. Das heißt, erster Term abgeleitet, ganz normal, sind 4x. Dann bei dem zweiten Term, wenn y die Zahl ist, dann bleibt ja nur noch minus y übrig. Beim dritten und vierten Term, da haben wir gar keine Variable x. Das bedeutet, das sind ja nur Zahlen und wir wissen, alleinstehende Zahlen fallen weg. Das bedeutet, das wäre die erste Ableitung nach x. Mit der gleichen Taktik bilden wir jetzt auch noch die erste Ableitung nach y. Das wird in diesem Fall, fällt der erste Term weg. Da ist kein y dabei, das wird jetzt nur eine Zahl. Dann minus x, y abgeleitet sind natürlich dann minus x. 3y und 3 sind ja nichts anderes als 9y². Und die 11 ist wieder eine alleinstehende Zahl, also fällt wieder weg. Als zweite einfache Beispielaufgabe habe ich jetzt hier an der Stelle eine Funktion mit drei Variablen ausgewählt. Also, wir wollen einmal nach x, einmal nach y und einmal nach z ableiten. Entsprechend erstmal fx. Ist dann nach x abgeleitet, haben wir dann 4xz. Also, z wird einfach mitgenommen, das ist eine Zahl. Minus y. Dann, unser dritter Term hier beinhaltet gar kein x, das fällt alles weg. Und genau das gleiche passiert auch mit 6z hinten. Es beinhaltet auch keine Variable. Also, alles weg. Als nächstes, die Ableitung nach y. Unser erster Term besitzt kein y, deshalb entfällt er. Minus x, y abgeleitet sind natürlich minus x. Und 3z² y hoch 3. Wir leiten nach y ab, also die 3 geht nach vorne. Dann haben wir 9z² und y ins Quadrat. 6z fällt wieder weg. Und die letzte partielle Ableitung nach z. Sieht dann wie folgt aus. Beim ersten Term, wenn wir nach z ableiten, bleibt ja, oder bleiben ja nur 2x² übrig. Zweiter entfällt. Bei unserem dritten Term, dritter Term hier nach z abgeleitet, kommen die 2 nach vorne. Und dann haben wir 6z y hoch 3. Und unser letzter Term, da ist einfach plus 6. Also, das sind die drei partielle Ableitungen. Und jetzt wollen wir das Niveau ein bisschen steigern. Berechnen Sie die ersten zwei partielle Ableitungen von f, x, y. Wenn ihr diesen Funktionstem ein bisschen genauer anschaut, merkt ihr wahrscheinlich, dass wir eine Wurzel haben. Und für die Ableitung ist es natürlich günstig, wenn wir diese Wurzel zuerst umschreiben. Das bedeutet, als erstes übernehme ich alles, was nicht verändert werden muss, so wie es ist. Nur Wurzel x schreibe ich um als x hoch 1,5. Der Rest bleibt alles gleich in diesem Fall. Gut, und wir fangen an mit der ersten Ableitung nach x um. Also, fx ist dann gleich. Wenn wir den ersten Term nach x ableiten, dann kommen die 4 nach vorne. Dann haben wir 12y x hoch 3. Dann bei dem zweiten kommt natürlich 1,5 nach vorne. 1,5 mal 2 sind 1. Deshalb haben wir nur noch minus y² mal x hoch minus 1,5. Und hinten, minus x abgeleitet, ist natürlich minus 1. Also, das wäre die erste Ableitung nach x. Wir könnten jetzt beispielsweise auch die zweite Ableitung nach x bilden. fx, x. Nochmal nach x abzuleiten, bedeutet, die 3 geht nach vorne. 12 mal 3 sind 36. y, x hoch 2. Dann geht minus 1,5 nach vorne. Minus mal minus ergibt plus 1,5. y² und x hoch. Wenn wir da oben eins abziehen, dann haben wir minus 3,5. Und die minus 1 hinten fällt natürlich weg. Was wir jetzt noch direkt machen könnten, ist die zweite Ableitung nach x und y. Also, wir schauen jetzt praktisch auf diese Funktion hier. Und die leiten wir jetzt nochmal nach y ab. Das heißt, hier bleiben 12x hoch 3 üblich. Und hier, die 2 kommen nach vorne. Dann haben wir minus 2y mal x hoch minus 1,5. Die minus 1 fällt natürlich auf weg. Und jetzt nochmal die gleiche Runde mit y. Das bedeutet, wir leiten hier nach y ab. Also, unsere Anfangsfunktion. Wir schauen wieder hier. Wenn wir den ersten Term nach y ableiten, bleiben 3x hoch 4 übrig. Bei den zweiten geht die hoch 2 von y nach vorne. Haben wir minus 4y x hoch 1,5. Und minus x fällt natürlich weg. Wenn wir jetzt nochmal nach y ableiten, also die zweite Ableitung nach y, fällt dann der erste Term hier weg. Und bei den zweiten Termen bleiben nur noch minus 4x hoch 1,5 übrig. Gut, was uns noch fehlt, ist jetzt noch die zweite Ableitung nach y und x. Das bedeutet, wir schauen wieder hier auf diese Funktion. Und leiten jetzt nach x ab. Also, wenn wir nach x ableiten, geht die 4 nach vorne. Dann haben wir entsprechend 12x hoch 3. Und unser zweiter Term nach x abgeleitet, bedeutet, diese 1,5 kommen nach vorne. Minus 4 mal 1,5 sind natürlich minus 2. Y, x hoch minus 1,5. So, und das sind jetzt alle partiellen Ableitungen bis zum zweiten Grad. An dieser Stelle erkennt man allerdings noch eine kleine Besonderheit, die ich jetzt auch gerne ansprechen würde. Wenn ihr euch diese partiellen Ableitungen genauer anschaut, Da sollte euch auffallen, dass fxy praktisch identisch ist mit fyx. Und das ist ja meistens so der Fall. Und es gibt dafür einen Satz, Satz von Schwarz oder auch Vertauschbarkeitssatz genannt, der das auch besagt. Allerdings gibt es eine kleine Einschränkung. Diese Eigenschaft gilt nur dann, wenn fxy und fyx stetig sind. Dazu muss ich sagen, an dieser Stelle, wenn ihr in der Vorlesung nichts darüber gehört habt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es immer der Fall ist. Also nur in extremeren Fällen lernt man auch noch diesen kleinen, aber feinen Unterschied. Normalerweise könnt ihr immer davon ausgehen, dass diese zweiten Ableitungen stetig sind und dass dieser Satz von Schwarz immer gilt. Und jetzt noch eine letzte Aufgabe mit einer E-Funktion. Berechnen die ersten zwei partiellen Ableitungen von f. Wenn wir f anschauen, dann merken wir, die Funktion ist sauber. Wir müssen nichts mehr umformen, also können wir auch gleich loslegen. Als erstes natürlich die erste Ableitung nach x. Also wir schauen mal unser erster Term. Wenn wir nach x ableiten, dann haben wir 2xy. plus bei der E-Funktion, wenn wir nach x ableiten, ist y hoch 2 sozusagen eine Konstante. Und das ist auch die innere Ableitung, die nach vorne kommt. y² mal e hoch xy². Dann können wir nochmal hier an dieser Stelle nach x ableiten. Also fxx. Bleiben hier vorne nur noch 2y. und bei der E-Funktion passiert genau das gleiche wie vorher. Dieser y hoch 2 kommt erneut nach vorne. Dann haben wir y hoch 4 mal e hoch xy². Jetzt könnten wir f von xy bilden. Dafür schauen wir jetzt natürlich auf diesen Term hier. Also 2xy nach y abgeleitet sind 2x. Wenn wir jetzt aber die hintere Funktion anschauen, die sieht ja nicht so schön aus. Wir haben ein Produkt aus zwei Terme. Und jeder dieser Terme beinhaltet eigentlich die Variable y. Wir erinnern uns, dafür brauchen wir auf jeden Fall die Produktregel. Hier nochmal rechts eingeblendet zur Erinnerung. Also u' mal v plus u mal v' das war die Ableitung. Und das wenden wir auch hier an. y² abgeleitet sind natürlich 2y. Das ist u' dann mal v mal e hoch xy². Plus x². Und dann wird die E-Funktion nochmal nach y abgeleitet. Aufpassen, oben die innere Ableitung lautet 2xy. 2xy, die kommt nach vorne. 2xy mal die E-Funktion, die dann wieder unverändert abgeschrieben wird. Also fxy sieht nicht so schön aus. Gut. Jetzt können wir das gleiche Spiel nochmal mit y machen. fy ist dann gleich. Wir schauen wieder hier auf unsere Anfangsfunktion. Da leiten wir nach y ab. Da haben wir einmal x hoch 2. Und bei der E-Funktion müssen wir wieder darauf achten, was die innere Ableitung ist. Die wäre dann 2xy, so wie vorher. Und die kommen nach vorne. Plus 2xy. Und die E-Funktion wird wieder unverändert abgeschrieben. Also das wäre die erste Ableitung nach y. Jetzt die zweite. fy, y. Erster Term fällt wieder weg. Und beim zweiten Term haben wir das gleiche Problem wie bei fxy. Wir haben hier zwei Terme, die mit mal verknüpft sind und beide eine Variable beinhalten. Also wir brauchen wieder diese Produktregel. Das ist dann entsprechend wieder u und das ist v. Also wir haben dann nach y abgeleitet. 2xy abgeleitet sind 2x. Und mal e hoch xy² plus, also das war u' mal v' und jetzt kommt u mal v', also 2xy. Und dann wieder die E-Funktion. Die kennen wir ja schon. Das ist ja 2xy nochmal mal e hoch xy². Ja, ich gebe zu, genauso wie bei den anderen Termen, man könnte auch hier noch ein bisschen das Ganze zusammenfassen, werde ich jetzt darauf verzichten, weil sonst dauert es ewig und drei Tage, bis wir dieses Video fertig haben. Das Einzige, was wir hier noch an dieser Stelle brauchen, ist f von x, äh, von yx, Entschuldigung. Und ja, das können wir uns sparen. Und zwar wieso? Wir kennen ja jetzt mittlerweile diesen Satz von schwarz. Das bedeutet, ist das gleiche wie f von xy. Also mit Sicherheit wird das gleiche rauskommen. Damit spart man auch ein bisschen Zeit bei solchen Aufgaben. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Ihr habt bereits gemerkt, auch wenn es um mehrdimensionale Funktionen geht, trotzdem braucht ihr diese Standard-Ableitungsregel, wie Kettenprodukt bzw. Quotientenregel. Dann habe ich am Anfang gesagt, die partielle Ableitung ist eine wichtige Grundlage. Naja, in erster Reihe, um Extrempunkte und Sattelpunkte einer mehrdimensionalen Funktion zu bestimmen. Allerdings geht es auch noch weiter. Alle Extremwerte bestimmen auch unter Nebenbedienungen, die sogenannte Lagrange-Funktion aufstellen und mit Hilfe der Lagrange-Funktion diese Extrempunkte bestimmen. Das alles hat mit partieller Ableitung zu tun. Wenn bedarf, Tutorials zu all diesen Themen findet ihr natürlich gleich im Abspann. Das alles hat mit der Lagrange-Funktion in der Lagrange-Funktion.